Ich glaube, den heutigen Vlog muss ich mal mit einem kleinen Status-Update anfangen. Eigentlich wollten wir heute ja relativ früh aufbrechen, um die große Stadt nebenan zu besuchen. Allerdings seht ihr langsam schon, wo das Problem liegt. Wir haben nicht sonderlich viel Schlaf bekommen, was für mich kein Problem ist. Ich funktioniere unter solchen Abenteuersituationen sehr, sehr gut mit wenig Schlaf. Allerdings hat es Philipp ein kleines bisschen mitgenommen. Und dann ist noch die Geschichte mit Valentin passiert. Denn naja, wie das in Indien nun mal so ist, verträgt nicht jeder Europäer das Essen, was es hier gibt, sonderlich gut. Und dann ist einfach passiert, was früher oder später passieren musste. Valentin, naja, hat gekotzt. Die Situation ist jetzt einfach die, dass wir mittlerweile so ungefähr 12 Uhr mittags haben. Ich bin jetzt hier auch schon so ein bisschen durch die Stadt gelaufen, habe mir noch ein paar weitere Eindrücke besorgt und habe einfach die Gegend ein bisschen auf mich wirken lassen, was in Indien immer geil ist und immer Spaß macht. Und auf jeden Fall mir einen sehr schönen Vormittag geschert hat. Die Jungs geht es langsam auch wieder besser. Philipp hat noch ein bisschen geschlafen. Valentin hat sich noch ein bisschen ausgeruht. Und ich glaube, wir schauen jetzt einfach mal nach, wie es ihnen geht. Hallo! 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 Jungs, wie geht's euch? Ja, ein kleines Status-Update. Philipp ist schon wieder richtig gut auf den Beinen. Pop! Valentin hingegen. Ja, jetzt selber. Ja, Felix hat ja schon erzählt, was heute Morgen passiert ist. Und ich habe immer noch so ein kleines bisschen, so mein Bauch rumort noch ein bisschen rum. Kennt er ja, wenn man irgendwie so nicht so gut gegessen hat oder sowas und irgendwas da war. Aber ich fühle mich einfach noch so an und deswegen habe ich beschlossen, einfach den ganzen Tag zu schlafen. Aber Valentin, kannst du für den Vlog nochmal diese Geräusche machen, womit du mich aufgeweckt hast? Hä? Warum ist da ein Bluescreen? Vinil, erklär mal. Ja, das heißt, hier ist ein Studio. Wir haben hier richtige TV-Sendungen in dieser Region. Und dann filmen wir hier ein Message von Predator. Und dann geben wir ihm das in den Fernseher Sendung. Also, Vinil hat hier ein richtig fettes TV-Studio am Start. Mit großartiger Belichtung hier sieht man ein Frontlighting, zwei Rückleuchten für den Bluescreen. Und natürlich auch noch eine Editing-Suite und Philips neues Bett. Ein bisschen kleiner, aber passt schon, oder? Das darf man jetzt nicht in Kombination nehmen. Eine Sache haben wir euch aber noch gar nicht erklärt. Und zwar, warum Philipp eigentlich umzieht und warum wir jetzt auch auf dem Weg nach Visa-Cap-Pattnam, ist das richtig, Vinil? Ja. Visa-Cap-Pattnam sind. Und zwar bekommen wir Zuwachs zu unserer Reisegruppe. Wir sind zwar gerade noch bei Vinil zu Hause, aber wir haben ja vor, in den nächsten Wochen ziemlich viel rumzureisen und ziemlich viel von Indien zu sehen. Und dafür haben wir eine Reisegruppe. Das ist Vinil, Valentin, Philipp und ich. Und dazu kommen heute noch zwei befreundete Freundinnen von Vinil aus Deutschland, oder? Ja. Ja. Und die holen wir heute in Visak am Flughafen ab. Und da haben wir gedacht, nutzen wir gleich mal die Chance und schauen uns noch ein bisschen die Stadt an. Also wir sind angekommen. Und man merkt direkt, ich muss ganz ehrlich sagen, nach drei Tagen in diesem Dorf fällt einem auf, dass die Stadt deutlich moderner ist. Like viel, viel viel moderner. Als allererstes Mal, ich höre euch mal an, wie sauber das hier ist. Hier liegt nirgendwo Müll rum, wenn auf dem Dorf es wirklich gang und gäbe ist, dass einfach an jeder Ecke alles voll gemüllt ist. Zweitens ist es hier deutlich grüner und sauberer und aufgeräumt einfach. Wir haben total Bäume, die gegossen werden und so weiter und so fort. Und wir haben sehr moderne Sachen, wie zum Beispiel eine Bank oder ein Subway. Und da hinten habe ich sogar den BMW gesehen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist schon so eher, wie ich es erwarte von Vinil. Also ich meine, das, was wir jetzt vorher erlebt haben in diesem Dorf, sage ich mal, das ist ja schon nochmal ein ganz anderes Level wie das hier. Also hier ist ja, ich weiß nicht, es fühlt sich überhaupt nicht westlich an, aber vielleicht asiatisch. Weißt du ja. Also ich finde, der große Unterschied ist einfach, dass man hier den Eindruck hat, dass Indien ein aufstrebendes Land ist. Ein Land, das viel erreichen will in der Weltwirtschaft und so weiter und so fort. Dass hier viel gerissen werden kann. Und auf dem Dorf hast du wirklich das Gefühl, ich jück den einfach nicht. Hier ist wirklich komplett. Die leben einfach nachher. Genau, einfach verhungern alle hier, ist Hygiene am Arsch, hier kann gar nichts passieren. Es wird halt so, als hätten wir hier deutlich höhere Ambitionen. Ja, also genau das, was mir ein Dorf die ganze Zeit gefühlt, ich hab ja schon x-mal gefragt, Philipp, was, äh Felix, was siehst du bei den Leuten als Sinn in deren Leben? Ich habe kein Ziel in deren Augen gesehen, aber hier hast du halt ein anderes empfinden. Wir sind jetzt unterwegs mit dem Bruder von Vinil. What's your name? Hi, my name is Nisjel. And you're the brother of Vinil, right? Alright, and what are we going to do now? Shopping, have fun. Exactly. I ain't new to this crap, I'm like a Buddhist when I'm wrapped, but I'm skinny, got that minimal fat, my worst. Wie in der Photoshop alle ihre indischen Models irgendwie von der Hautfarbe ein bisschen weißer, damit die europäischer, westlicher wirken. Ziemlich interessant. Splat, y'all tracks master, my tracks faster, getting more views, so sign your record deal and go get more shoes. Valentin hat auch gesagt, dass wir ihm was witziges mitbringen sollen. Und ich glaube, ich habe es schon relativ schnell gefunden. Hier ist nämlich ein T-Shirt, auf dem steht Vinyl Rules. Und da ist natürlich Vinyl gemeint, also Schallplatten. Aber der Inder, bei dem wir sind, heißt ja Vinyl. Und ich glaube, das ist genau sein Humor. Yo, also wir haben jetzt ein paar Sachen gefunden, beziehungsweise ich habe ein paar Sachen gefunden. Einmal das T-Shirt für Valentin natürlich mit Vinyl. Dann habe ich einmal noch ein T-Shirt von Jackie Jones geholt. Und Flip Flops, weil ich habe mich total darüber aufgeregt, dass ich meine aus Deutschland nicht mitgenommen habe. Und jetzt habe ich wieder welche mit schönem Stoff drin. Ich mag es nicht, wenn es Plastik ist. Und dann kann der Beach Day der nächste auf jeden Fall kommen. Ich bin mit Flos, sicker denn Sinnen. Sinns, aber ich bin living in. Ich bin so sehr schick. Schicks, denk ich, ich bin slips. Shit ist getein' dick, wenn sie kurz schnell auf meine dick. Aber das ist wack, Rapp. My flow's gone jizz over y'all pay me ship Educated from myself, masturbated my brain You don't get it, then get out of my lane I can't believe you like cold weather, the summer is best But how hot does it get here? 54 degrees 54, 50 Summer started Like Celsius, right? Alright Wir waren jetzt gerade hier in diesem indischen Mediamarkt Und was ziemlich interessant war Ist, dass sie erstens fast alle neue Technik am Start haben Also es gibt nicht viele Smartphones, die hier im Laden gefehlt haben Das zweitens, die Sachen relativ teuer waren Weil anscheinend Technik eine sehr hohe Importsteuer hat in Indien Und drittens, was mir sehr krass aufgefallen ist Ist, dass sie hier kaum was mit Gaming verkaufen Benils Verwanter meint zu uns sogar, dass es so ist, dass die Leute hier überhaupt gar nicht so gerne Spiele spielen wie in Europa Weil hier einfach das Wetter so gut ist, dass sie ständig raus gehen und draußen spielen Und dass von Stadt zu Stadt es ganz unterschiedlich ist, ob die Leute eher Playstation oder Xbox bevorzugen Hier in Vajag-Happen-Aptam zum Beispiel Gibt es fast nur Leute, die Playstation spielen und Xbox ist eine ganz kleine Minderheit Aber in Bombay hat er gemeint, gibt es fast nur Xbox-Spieler Also ziemlich interessanter Stuff Und übrigens, sie haben das Note 5, da bin ich ziemlich neidisch drauf Das Beste an der großen Stadt ist, dass wir komplett aussuchen können, was wir essen Und was suchen wir aus? Natürlich Pizza! Bäm! Ja, wir haben uns jetzt schon alle Essen bestellt Ihr habt noch nichts bekommen, hahaha Aber mein Salat ist schon da Und es ist nach drei Tagen indischem Essen eine riesengroße Befreiung Mal wieder was zu essen, wo der Wasseranteil sehr hoch ist Guck mal hier Brokkoli So geil So geil So, wir finden das Auto nicht mehr wieder Felix hat mir wieder alles perfekt organisiert Hör mal aus Okay Eine Pütze Lol Das mussten wir dir einfach mitbringen, weil wir was von der Pütze haben Wir hatten ein schlechtes Gewissen Weil wir Pütze gegessen haben ohne dich Aber pass mal auf Wir sollten dir auch noch was witziges mitbringen, ne? Hier Weißt du, warum es witzig ist? Lies es nicht richtig Lies wavor hast du draufstehen Ja, Vanille Vanille Rules Das ist geil, da Ist das gut? Ist das witzig genug? Auf jeden Fall, sehr geil Vielen Dank Nice Okay Ja, was für ein Fail Boosh Das ist von ihm Ja, gute Besserung, Bro Danke, Mann, danke You know what that means Editing sweet Der Tag ist damit wohl auch vollbracht Ich fand es ziemlich eindrucksvoll in der Stadt unterwegs zu sein Ich freue mich total, dass die Mädels jetzt da sind Ihr habt es vielleicht gemerkt Die sind jetzt nicht so krass im Vordergrund vom Vlog, weil die es einfach nicht wollen Aber macht ja nichts aus Und ansonsten schneiden wir jetzt, oder? Ich bin auch noch dabei, ja Krass Wir sehen uns morgen wieder Macht's gut Bis dahin Ciao Ja Tried to get a tour together Nobody was flowing it Tried to get a session going Nobody was smoking it Fuck the rap game I run that shit from my basement And make all these motherfuckers look easy like it's some staple shit Tried to get a tour Tried to get a tour